Guten Abend, Sam. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Und dir? Mir geht's auch nicht so schlecht. Ich habe nichts zu meckern. Es ist schön, dass wir endlich unser zweites Date haben. Wir hatten beim letzten Mal so viel Spaß. Genau. Das Essen war gut und unser Gespräch war sehr unterhaltsam. Was hast du seit unserem letzten Date gemacht? Ich bin gerade zurück von einer Reise nach London. Ich habe dort vier Tage verbracht. Zwei Tage musste ich arbeiten, aber die anderen zwei Tage waren nur für mich. Das klingt schön. Ich war noch nie in London. Reist du gerne? Ja, ich liebe es zu reisen. Es gibt so viele wunderbare Orte auf der Welt zu entdecken. Wo warst du bisher? Ich war schon in vielen schönen Ländern, aber meine Lieblingsorte waren in Asien. Ich war in Japan, Südkorea, Thailand und Indien. Ich liebe es, verschiedene Kulturen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln. Das klingt toll. Was gefällt dir am meisten in Asien? Das Essen ist einfach ausgezeichnet. Das Sushi, Frühlingsrollen, Tomyamsuppe und gebratene Reis. Alles schmeckt so köstlich. Gibt es noch weitere Länder, die du gerne besuchen möchtest? Auf jeden Fall. Ich würde gerne nach Südamerika reisen und Länder wie Brasilien, Argentinien und Peru besuchen. Auch in Afrika gibt es noch viele Länder, die ich gerne sehen würde, wie Marokko, Ägypten oder Madagaskar. Das klingt nach einer aufregenden Reiseplanung. Ich liebe es, auch zu reisen und neue Orte zu entdecken. Was war dein Lieblingsort in Europa? Mein Lieblingsort war Rom. Die Stadt hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten und das Essen war unglaublich lecker. Aber auch Barcelona war fantastisch. Die Stadt hat eine so lebendige Atmosphäre. Das klingt großartig. Ich war noch nie in Rom, aber ich habe gehört, dass es dort unglaublich schön sein soll. Ich war einmal in Florenz und Pisa. Die Kunst dort ist hervorragend. Es gibt so viele Museen und Paläste und Plätze in Florenz. Das war eine Traumreise. Was sind deine nächsten Reisepläne? Im Moment plane ich eine Reise nach Australien. Ich würde gerne die Strände und Nationalparks sehen und das Land erkundigen. Außerdem würde ich gerne nach Neuseeland und auf die Cookinseln reisen. Wow! Das klingt wirklich aufregend. Ich habe auch Australien auf meiner Liste. Aber ich denke, ich würde gerne nach Sydney oder Melbourne reisen und die Städte erkundigen. Ich habe große Angst vor Spinnen. In Australien gibt es riesengroße Spinnen, die giftig sind. Und auch Schlangen und Krokodile und Stachelrochen. Es gibt so viele schreckliche Arten, an denen man in Australien sterben kann. Beim reiflichen Überlegen vielleicht sollte ich nicht nach Australien reisen. Ich möchte leben. Wie lange planst du zu bleiben? Ich plane etwa einen Monat in Australien zu bleiben. Ich denke, das sollte genug Zeit sein, um einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das klingt nach einer großartigen Reise. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass du viele tolle Erinnerungen sammeln wirst. Danke. Das hoffe ich auch. Es war schön, mit dir zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.